Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Hallo liebe Crowdsworld-Family, ich hoffe es geht euch allen gut, denn wir reden heute über Crowd. Was ist denn los mit Crowd? Der steigt und steigt und steigt. Ist der Zeitpunkt noch gut und günstig einzukaufen oder sollte man bereits schon wieder verkaufen? Diese Frage möchte ich eingehen, dann zeige ich euch die neuen Dexas, die bereits freigeschaltet sind. Und ich möchte mit euch ein Gewinnspiel wagen, wo ich selbst die Antwort noch nicht weiss, aber mal raten kann, in welche Richtung es ungefähr gehen kann, denn wir reden über die nächste Implementation der nächsten Blockchain. Also bleibt unbedingt dran, es wird spannend. Ja Freunde, der Preis ist so eine Sache. Es ist immer so ein bisschen schwierig, ja Kaffeesatz lesen, ist jetzt der Preis am Wendepunkt oder ich kann es weiter nach oben gehen. Natürlich kann es kurzfristig immer ein bisschen nach unten gehen, das ist oftmals schwierig einzuschätzen. Insbesondere kommt es auch ein bisschen darauf an, wie sich gerade Bitcoin entwickelt. Aber lassen wir das mal aussen vor. Ich habe eine mittelfristige Einschätzung von 0,5 bis 0,7 Dollar. Da sehe ich aktuell, wieso ich das sehe, das hat mit der kompletten Idee von Crowdswap und natürlich den aktuellen Implementationen, der Cross-Chain und natürlich mit dem Liquidity Pool und dem Staking Pool und so weiter, also ein bisschen zusammen. Das ist so eine kleine Werteinschätzung dieses Unternehmen, was ich gerne mitgebe. Also in den nächsten zwölf Monaten mittelfristig 0,5 bis 0,7 Dollar. Wo würde ich also aufhören einzukaufen? Das, ich würde sicherlich einkaufen bis und mit 0,3 US-Dollar. Aber danach würde ich mal ein bisschen warten und schauen, wie es da sich weiterentwickelt. Wo hat es das natürlich langfristig? Ich will da keinen FOMO-Preis sagen, deshalb erreichen wir mal erst den mittelfristigen Preis. Dann werde ich euch natürlich dann noch ein bisschen verraten, wohin die Reise gehen kann. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns doch ein bisschen wieder mal ein bisschen Crowdswap an. Und zwar, wie ist es aktuell? Wir haben diese drei Blockchains, Ethereum, BSC und Polygon. Und da haben wir natürlich im Swap auch wieder unsere Dexes. Und wir sehen hier, vier Dexes sind jeweils drauf. Aktuell auf dem Polygon haben wir Sushi-Swap, Quick-Swap, Ape-Swap, auch ganz, ganz wichtig mit dabei. Wir haben bei BSC, und das ist richtig geil, Freunde, wir haben mehrere Opportunities. Das ist unglaublich und da sucht sich immer das Beste aus. Wir haben hier Pancake, B-Swap, ganz neu dabei. Ebenfalls jetzt aktuell vier Dexes, die uns zur Verfügung stehen, wo wir eben sehen, wo können wir am besten unsere Tokens swappen. Dann Ethereum. Und da müsste es euch eine kleine Überraschung geben. Vor allem all die, die ja ein bisschen Crypto.com-Fan sind, müssten jetzt aktuell, nämlich bei Crowdswap, jetzt auch Crypto.com sein. Hier seht ihr es. Crypto.com ist aktuell von den Kosten her teurer. Aber man muss eins beachten, hier ist kein Crowd zum Tausch da. Wir haben das gerade vorher noch im Meeting besprochen mit Crowdswap und da muss ich sagen, die optimale Lösung, und da arbeiten die Bereitschen wieder dran, das ist unglaublich, wäre, wenn man die Crowdtoken zur Verfügung hätte, hier einen Swap zu machen. Dann ist es nämlich sehr gut möglich, dass Crypto.com sehr oft auch zu oberst ist. Also ihr seht, diese Dexes, und da kommen ja noch mehr Dexes. Es kommt ja noch Curve, wem das nicht sagt, das ist ein spezieller Dex für Stablecoin. Also quasi kaum Gebühren bei diesen Swaps. Und das dann in Verbundenheit mit dem Crosschain könnte wirklich sehr interessant und spannend werden rund um Crowdswap. Also da muss ich sagen, Freunde, da haben wir noch sehr vieles zu tun und da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja, wenn man jetzt bei mir im Staking Pool mal schaut, wohin da gerade die Reise geht, da müssen wir natürlich auf das Polygon-Netzwerk zurückgehen. Da habe ich ja meine 565.000 Tokens drin. Ich habe jetzt schon wieder 3.600, die dazugekommen sind. Also es wird spannend, ja, bald 570.000 da drin. Und das bleibt bis und mit Juni mal bei 40 Prozent. Also jeder, der hier Tokens hat, sollte es unbedingt staken. Denn diese 40 Prozent sind nur bis Juni garantiert. Ob es dann verlängert wird oder 30, 20 oder 10 Prozent ist, das weiss ich nicht. Das sehen wir dann noch. Was ich auf jeden Fall tun werde, ist, wenn ich sehe, dass das Staking relativ schnell mal nach unten geht, dann werde ich definitiv anfangen, in den Liquidity Pool zu investieren, wo ich dann auch wieder Rewards im Sinne von Tokens bekomme, respektive LP Tokens, wo man dann auch wieder staken kann. Also im Endeffekt mache ich eigentlich hier nur ein grosses Gewinnspiel für mich selbst und das ist auf jeden Fall spannend. Ja, und zum Thema Gewinnspiel, liebe Freunde, möchte ich jetzt ein Ratespiel machen. Was denkt ihr? Ich habe selbst keine Ahnung. Was wird die nächste Blockchain sein, die implementiert wird? Ist es Cardano mit dem Ökosystem, Thron oder irgendeine andere? Schreibt es unten in die Kommentare, ich verlose 1000 Crow Token für denjenigen, der es für richtig rät, respektive die werden dann ausgelostet. Also wichtig, macht Hashtag Crow und Hashtag die richtige Blockchain in den Kommentaren unten rein und dann werdet ihr automatisch beim Gewinnspiel mitmachen. Ich zu meinem Teil freue mich, ich rate mal, ich schätze mal oder ich würde mich freuen, wenn das Cardano-Ökosystem abgebildet wäre. Da gibt es natürlich extrem viele Opportunities, aber ich weiß es nicht. Es geht da noch sehr, sehr weit, die Reise, also da bin ich sehr, sehr gespannt, was noch alles auf uns zukommt, Freunde. Also da kommt schon noch die ein oder andere Meldung. Ja, und ja, wie gesagt, also im Thema Staking kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, lohnt sich auf jeden Fall. Also da müsst ihr unbedingt dranbleiben. Ja, und denkt an die Cross-Chain-Lösung. Ihr habt hier einfach die Möglichkeit, über verschiedene Blockchains zu transferieren. Habt die USDT gerade auf die BSC, habt aber eine Opportunity zum Beispiel auf Polygon, und dann kauft ihr da einfach ein, Cross-Chain-Lösung macht für euch diese Lösung. Das ist wirklich eine sensationelle Geschichte. Ja, mehr gibt es aktuell nicht dazu zu sagen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Das Einzige, was vielleicht noch Positives dazukommen kann, wäre das ganze Burning. Wir wissen ja, dass am 1. April wurden 8 Millionen Token verbrannt. Das gilt natürlich für die Preisstabilität oder wirkt für die Preisstabilität natürlich zu. Und zusätzlich wäre dann der nächste Burning-Fall wieder ab dem 1. Mai. Das ist ja immer am 1. des Monats. Ob das dann 8 Millionen sind, bezweifle ich, berechnen wir mit etwas weniger. Aber wie viel das dann ist, da bin ich dann auf jeden Fall auch gespannt. Und das wird auf jeden Fall sicher wieder einen kleinen Impact geben, wo wir uns darauf freuen dürfen. Und umso mehr natürlich in CrowdSwap investieren, Liquidity-Pool geben, umso spannender kann es natürlich langfristig für Crowd und uns als Community dienen. Also das freue ich mich auf jeden Fall. Dann, ganz wichtig, nach meinem Urlaub, also nächste Woche kommt kein Video, ganz wichtig. Aber nach meinem Urlaub findet dann wieder einen offenen Talk statt mit Christian, also mit dem CEO von CrowdSwap. Da dürft ihr auch aktiv mitnehmen. Also schreibt mir in Telegram rein, welche Fragen ihr gerne an CrowdSwap richten wollt. Da könnt ihr auch Hashtag Crowd reinschreiben und die Frage, dann stelle ich das. Oder es können auch Themen sein, die euch interessieren. Oder habt ihr eine Empfehlung für einen Text? Ich nehme den Stoff mit und werde es dann mit Christian gerne besprechen. Und das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte. So, jetzt sage ich Tschüss aus der Schweiz. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.